91.994 Dollar Wochengewinn. Das ist unser Ergebnis beim Rohstoffen-Future-Handel nach ZUTI-Daten. Das ist ein Rekordergebnis. In unserer Geschichte hatten wir noch nie so einen großen Gewinn, aber das kam nicht unerwartet. Ich habe auch beim letzten Rekordergebnis, welches über 40.000 Dollar lag, gesagt, dass wir noch weitere Rekorde machen werden, weil wir handeln eine profitable Strategie. Das heißt, unser Trading-Account wächst kontinuierlich und das heißt aber auch, Positionen wachsen ebenfalls mit. Das heißt, wir handeln immer mehr Kontrakte und dadurch auch wachsen die Wochengewinne. Deswegen kam es nicht unerwartet, aber dennoch ein sehr schönes Ergebnis. Bisschen nicht geschafft bis zu 100.000. Ja, man muss auch einige Ziele haben, die man noch nicht erreicht hat. Wenn man jetzt das gesamte Ergebnis der Equity-Kurve anschaut, dann sieht man, dass wir 800.000 Marken überschritten haben. Unser Konto Größe aktuell liegt bei 833.575 Dollar. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Bei ZUTI-1-Strategie sind wir aus dem Drawdown raus. Das ist unser sechster Drawdown. Wir können uns sechsten Drawdown-Stern verleihen. Es war wie in jedem Drawdown eine interessante Zeit. Von einer Seite mag ich kein Drawdown, also das mag wahrscheinlich keine, wenn man beim Trading-Konto zurückgeht. Von der anderen Seite, das ist eine super Zeit zum Lernen. Bis zu unserem Ziel eine Million bzw. unser Projekt von 14.000 auf eine Million bleibt nicht mehr viel. Wir sind bei 830.000, also das heißt, 170.000, noch paar solche Wochen und dann haben wir unser Ziel erreicht. So, zur Erinnerung, wir sind 2014 gestartet mit einer Kontogröße von 14.000 Dollar. Also jetzt aktuell beenden wir das 8. Jahr und seit 5 Jahren, also das erste Video auf YouTube mit Handelsplänen, Handelsergebnissen wurde im Januar 2017 hochgeladen. Das heißt, im kommenden Januar wird Insiderwik 5 Jahre alt sein, wenn man jetzt nach YouTube misst. Allerdings bin ich schon im November 2016 gestartet mit der Öffentlichkeit und mit Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin mit dazu die Strategie in die Öffentlichkeit gegangen, habe die Handelsergebnisse gepostet, erstmal bei Facebook und dann kam auch YouTube. Das heißt, wir posten seit fünf Jahren Handelspläne immer bevor wir ein Trade eingehen. Wir sind seit 5 Jahren transparent auf dem Markt und einige, die uns schon seit fünf Jahren folgen und ein paar habe ich jetzt vor kurzem auf den Zypern getroffen. Auf unserer Community bin ich besonders stolz. Das ist eine sehr zusammengeschlossene Community. Wir gehen gemeinsam durch allen Höhen und Tiefen durch. Wir haben schon einige Drawdown durchgestanden und haben auch einige gemeinsam einige Rekordwochen wie diese Woche gemacht. Also das freut mich wirklich sehr, sehr. Aber das ist erst der Anfang. Insiderwik hat große Pläne. Wir nehmen erst die Fahrt auf. Nun zu den Trades. Wir haben die Woche, Kalenderwoche 41 beendet mit einem Portfolio, in dem wir zwei Positionen hatten. Wir waren 13 Kontrakte Long in Soybeanöl und wir waren 41 Kontrakte Short in 10-jährigen Keynodes. Beide Positionen waren gut und Plus. Und wie man an der Position Position Size sieht, waren wir gut vorbereitet für einen guten Move. Und diese ist dann auch erfolgt. Also die Woche schließen wir mit einem leeren Portfolio. Wir haben diese Woche dazu genutzt, um die Buchgewinne zu realisieren. So und erst mal die Rekorde zu schreiben. Schauen wir uns den ersten Trade an. Wer unsere Handelsergebnisse regelmäßig schaut, der kennt diesen Trade. Wir haben das schon länger auf der Bootschliste. So übrigens hatte auch drei Kaufsignale in Folge. Das war ein Trade in Wochentrendrichtung. Auch seasonell Trend ging nach oben. Also alles vom Setup Seite her war alles wunderbar hier. So gehen wir auf den Tagesschart. Wir sehen, wir haben ersten Trade gemacht. Haben hier Gewinne realisiert. War nicht bereit, also die Korrektur hier auszuhalten. So, wo wir gesehen haben, okay, das ist kein Trendwechsel, sondern Korrektur. Waren wir erneut dabei. Und natürlich der, ja, Musterausstieg hier. Das war wirklich sehr, sehr gut. Das hat uns 32.604 Dollar Gewinn gebracht. Schauen wir uns den nächsten Trade an. Zehnjährigen T-Nodes. Bei zehnjährigen T-Nodes hatten wir auch schon einige Trades gemacht. Wie wir sehen, wir haben hier ein Verkaufssignal bekommen. Haben ebenfalls in Trendrichtung. Seasonell Trend war hier so nicht ganz eindeutig. Dennoch haben wir uns gewagt und einen Trade gemacht. Der erste Trade war erfolgreich. So, dann haben wir erneut eine Korrektur abgewartet. Erneut haben wir uns hier positioniert. Bis zum Kursziel nicht durchgehalten. Wir wollten unbedingt die Gewinne realisieren, um aus dem Drawdown rauszukommen. Das haben wir auch gemacht. Und dieser Trade hat uns auch ein Gewinn in Höhe von 31.390 Dollar gebracht. So, als nächstes schauen wir uns die Trades der ZWT Strategie 2. Dort lief auch alles sehr gut diese Woche. Wir haben dort ebenfalls dieselben Positionen offen gehabt zu Beginn der Woche. Zum Ende der Woche sieht man, dass wir eine neue Position eröffnet haben. Und zwar im Weizen. Dort sind wir mit zwölf Kontrakten long und aktuell mit 4.800 Dollar im Plus. Der erste Trade, Soybeans, Öl. Hier bei dieser Strategie sind wir etwas später aus dem Markt rausgekommen, haben hier einiges Buchgewinn abgegeben, aber dennoch sehr gutes Geld verdient. So, und zehnjährige T-Notes, die haben das Kursziel erreicht. So, und wie wir sehen, der Kurs ging genau bis zu unserem Kursziel. Und dadurch konnten wir hier sehr guten Gewinn realisieren und somit unser Konto auf ein neues Allzeithoch pushen. So, und der letzte Trade, der noch offen ist, ist ein Trade im Weizen. Wie man sieht, im Weizen haben wir gute Erfolge gehabt mit unseren letzten beiden Trades. Die haben uns gute Gewinne gebracht. Auch die Ausstiege waren hier korrekt. Und aktuell sind wir erneut im Markt mit zwölf Kontrakten. Und gehen davon aus, dass wir hier erneut eine Kurssteigerung sehen werden, von der wir profitieren werden. Der Gesamtwochengewinn bei ZOOT Strategie 2 beläuft sich auf 28.000 Dollar. Wie gesagt, ich freue mich auf diesen Gewinn. Aber noch mehr freue ich mich für die Coaching-Teilnehmer aus der ZOOT 2 Strategie, weil die hatten auch alle Rekordwochen gehabt. Also, wie gesagt, Hut ab. Ihr seid sehr diszipliniert, fleißig und dieser Erfolg ist euch gegönnt. Wie immer zum Schluss paar Worte zum CEB-Index. CEB-Index hat diese Woche korrigiert, aber der Up-Trend nach wie vor bleibt aktiv. Unsere Strategie seit Wochen ist auf der Long-Seite sich aufzuhalten bei Rohstoffen, weil CEB-Index, wie wir an CEB-Index erkennen, sind ja Rohstoffe im Up-Trend und aus dem Grund macht es durchaus Sinn, sich auf die Long-Trades zu fokussieren. Das war's von uns für diese Woche. Wer mehr über unser Coaching-Programm erfahren möchte, der findet auf unserer Seite unter Ausbildung, unter Coaching, eine kurze Beschreibung mit einem Fahrplan für unser Coaching. Unser Coaching ist nach Fahrschulprinzip aufgebaut. Wir haben ein Monat Theorie und elf Monate pure Praxis, weil Praxis, das ist das, was den meisten im Trading fehlt. Und genau darauf fokussieren wir uns in unserem Trading. Es gibt Hausaufgaben, Übungsaufgaben, regelmäßige Checklisten, historische Tests. Neben den wöchentlichen Webinaren zu Theorie und Praxis haben wir Mastermind-Gruppe und auch Sprints, wo wenige Coaching-Teilnehmer sich in einer Gruppe zusammenschließen, sich Ziele definieren für nächste zwei, drei Wochen und an diesen Zielen arbeiten und dann Ergebnisse austauschen und besprechen. Unsere Community ist sehr stark bei Discord, auch sehr lebendig. Es werden viele Sit-Ups diskutiert. Das Niveau der Community ist sehr, sehr hoch. Wir haben sehr viele professionelle Hände, die auch mit anderen Finanzprodukten ebenfalls sehr erfolgreich sind. Wenn du mehr über unser Programm wissen möchtest, dann geh auf Ausbildung, dann Coaching, Intensivcoaching und hier unten findest du ein Formular, wo du deine Daten hinterlassen kannst, damit wir dich zurückrufen können. Bei allen anderen Fragen bitte das Formular Gesprächstermin auswählen. Dort kannst du alle weitere Fragen, wie zum Beispiel Praxisgruppe, Seminar, Telegram-Gruppe, Coaching-Angebot, Alternative zu Trading, GmbH, steuerliche Gestaltung und so weiter und so fort. Alle Fragen kannst du hier über diesen Formular uns stellen. So, das war es von uns für diese Woche. Ich freue mich auf die Rekordwoche. Als nächstes werde ich mich auf das Wettbewerb fokussieren. Wir sind erneut dabei in dieses Jahr. Und ja, dann wird es Zeit, dass wir da langsam auftauchen, Top 5 oder Top 3. Das Ziel ist wie jedes Jahr auch Platz 1 zu erreichen. So, bis jetzt habe ich zweimal Platz 3 erreicht und einmal Platz 5. Gutes Ergebnis, weil jedes Jahr ein stabiles Top-Ergebnis, dennoch noch kein Platz 1. Von daher, es gibt noch einiges zu schaffen. Das war es von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wie immer, denk an die Risiken. Das Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag bei den nächsten Handelsergebnissen. Das ist ein Standort. Vielen Dank.